Jetzt ist schon wieder was passiert. Das war der Wind. Und den Helm hat ihn auch der Wind davon geweht. Ich habe Helmbefreiung. Und warum haben Sie Helmbefreiung? Schuppenflechte und chronische Migräne. Und ich kriege so Beklemmungszustände unter dem Helm. Jetzt haben wir einen Applaus noch einmal. Wand träg ich auch ganz mit.